Zur Stärkung der gesamten hinteren Rückenpartie, sowohl der Po-Muskel, als auch die unteren Rückenmuskeln, als auch die mittleren und oberen Rückenmuskeln, sowie die Schultern, erinnert sich diese Übung. Wie ein Fisch hebt man die Arme und die Beine und macht hackende Bewegungen. Und das Ganze, je nach Leistungsstand, bis zu zwei Minuten, dann weiß man, was man getan hat.